Hallo Leute und recht herzlich willkommen zurück zur fünften Folge Destiny 2. So, wir sind... Auf was für einen Planeten sind wir? Wir sind auf Nessos. Namen ganz vergessen. Und machen jetzt natürlich hier weiter mit der Story. Es sind eigentlich nicht viele Story-Missionen auf den einzelnen Planeten. Aber wir machen jetzt alle hier mal durch. Und sind aktuell Power-Level 855. Und dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal. Und wenn es euch gefällt, lasst mir natürlich ein Like, Kommentar oder auch ein Abo da. Die meisten werden es ja eh schon kennen, die ganzen Missionen hier. Aber ich habe es ja schon mal in den anderen Folgen gesagt, ich möchte erstmal die Planeten so ein bisschen durchmachen, die Mission hier abschließen, bis wir natürlich zum Schluss endlich dann auf den Mond gehen. Und uns das DLC natürlich anschauen. Shadowkeep. Aber ein paar Folgen werden wir noch brauchen, bis wir dort hinkommen. Zwischenseitig würde natürlich auch mal ein bisschen Strike-mäßig was kommen. So, wir nehmen mal an hier. Exodus Black. Und dann können wir gleich mal einen Huf erhöhen. Nimmst einen Gramm natürlich mit. Und haben auch gleich eine Power-Waffe. Und wiedersehen. So. Hier ist auch noch was, oder was? Ah, hier ist ja gleich die Quest. Sehr schön. Suche die Besatzung. Das hatte ich auch mit dem Urlock schon gemacht. So. So. Oh, hier muss ja gleich der nächste sein. Und jetzt haben wir die Munition hier mit. Also mit dem Titan, der wäre ja noch nicht warm mit dem Spring. Irgendwo liegt ja hier. Ich glaube, das ist hier oben. Müsste hier sein. Und jetzt haben wir die hier oben. Und das ist hier oben. Okay. Vielen Dank. Ich glaube hier drüben war noch jemand. So einer fehlt mir jetzt noch. Es hieß nur Rang 7. Ich glaube hier müsste doch irgendwo einer gewesen sein. Das auf jeden Fall. Das geht dann immer mit. Nein, war es hier genau. Okay. 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 Ich finde die Satellitenanlage. Und Leute, ich habe es ja glaube ich in den letzten Videos auch schon mal gesagt, wenn ihr Bock habt mitzuspielen, schreibt mich einfach an. Dann kann ich euch auch mal meine Stream-ID geben und dann können wir auch mal gerne zusammenzocken. Und dann können wir auch mal zusammenzocken. Okay. 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 Und ob das der gleichen Quest hat hier. Und wieder. Ein neues Ziel. Okay, wir müssen die Wechs. Die Wechs müsste hier unten sein. Die Wechs müsste hier unten sein. Die Wechs müsste hier unten sein. Sehr schön. So, eine noch. Die müsste hier oben sein. Die Wechs müsste hier unten 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 sein. jetzt kann ich auch wieder hoch müssen eigentlich also mit dem Waller geht das entspannter, das spring blöck So, wir müssen hier hoch. Langsam stärkt auch unser Power Level. Oh, das ist ein komplett falsch wieder. 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 Mach mal. Okay. 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 Vielen Dank. 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 So, okay. Vielen Dank. Okay. Okay. Ah, okay. Ah, okay. Okay, Leute, dann würde ich sagen, sind wir auch schon mit der Mission fertig. Wir schauen mal ganz kurz auf die Karte. Äh, jo, machen wir in der nächsten Folge mit der Exilus Black dann weiter im Arcadia-Tal. Das schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr wieder dabei seid. Kommentiert fleißig und wenn ihr Bock habt, lasst mir auch ein Abo da. Und ja, würde mich sehr sehr freuen. Gut, bis dahin würde ich sagen, viel Spaß, reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.